In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen leckeren Schlemmertopf mit Schweinefilet und Pilzen im Römertopf zubereitet. Dazu machen wir ein paar Spätzle. Das Rezept findet ihr in unserer Rezepte-Welt und das verlinke ich euch hier drunter und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.